Das ist natürlich jetzt ein Monster-Ding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Wir sind wieder da bei Shortleg Kompakt, präsentiert von Bulls. Ganz frisch zu Ende gegangen, die beiden Player Championships in Hildesheim. Dazu heute Premier League Spieltag Nummer 7, Challenge Tour und Darts aus aller Welt. Unter anderem mit der Asian Tour. Also wie immer eine vollgepackte Sendung. Das alles heute mit mir bei mir und mit Benni Scherb. Hi Benni. Ja, guten Abend. Moin Moin. Ihr könnt die Folgen von Shortleg Kompakt hören auf unserem Darten.de YouTube-Channel oder auch auf Patreon. Da seid ihr für ein paar Euro im Monat mit dabei und bekommt auch noch weitere Vorteile. Oder ein Spotify-Premium-Abo. Dann könnt ihr die Folgen auch auf Spotify hören. Unterstützt uns gerne. Die Möglichkeiten, wie immer auch in den Shownotes. Tja, wir legen direkt los, weil wir eben auch viele Themen heute haben. Und weil wirklich ganz frisch gerade zu Ende gegangen sind. Die Player Championships reden wir direkt auch am Anfang der Sendung natürlich dann darüber. Denn es ging weiter in Hildesheim in der Halle 39. Wir hatten insgesamt ja doch ein paar Absagen dann am Ende. Elf Stück. Nathan Espel war nicht mit dabei. Luke Humphreys, Adrian Lewis mittlerweile ja gar nicht mehr fast unterwegs. Luke Nittler hat nicht gespielt. Rob Cross, Gavin Price und dann noch ein paar weitere Spieler. Das waren aber die größten Namen, die nicht mit dabei waren. Dennoch, wie immer, ein gutes Teilnehmerfeld. Und am Montag, Benni, ein Sieger, der nach drei Jahren mal wieder einen Player-Semper-Tipp gewinnt. Und zwar ist das Raymond von Barnefeld. Ja, ganz genau. Also, ich glaube, vor drei Jahren, das war in seinem Comeback-Jahr. Da ging es relativ schnell mit dem ersten Titel. Jetzt war es wieder soweit. Und das ist ja auch durchaus spektakulär. Ich meine, ich glaube, zwei, nee, also drei Weltmeister, so gesehen, auf den Weg geschlagen. Im Finale, wenn man Bunting noch mit reinzählt. Gary Anderson im Halbfinale geschlagen, mit Matchstarts gegen sich. Und eben Michael Smith im Achtelfinale geschlagen. Und in keiner Partie, na ja, hat er in irgendeiner Weise sich durchfighten müssen. Bis auf in diesem Halbfinale gegen Gary Anderson. Und es war wirklich ein sehr dominanter Tag von ihm. Muss man wirklich sagen, das hätte ich so nicht noch mal vorhergesehen. Das war schon fast schon so ein bisschen Retro-Barney. Ja, absolut. Vor allem das Finale, ne? 8 zu 1 gegen C.Bunting und 80 Prozent auf die Doppel. Also, das war schon wirklich, ja, Barney aus alten Zeiten. Er hat dann im Interview gesagt, dass er zwei Gramm verändert hat, seine Darts. Und zwar andersrum als sein Final-Gegner, Steven Bunting, der dann irgendwann mal draufgepackt hat. Barney hat aber zwei Gramm, ja, abgespeckt, seine Darts. Und er ist sehr, sehr zufrieden mit seinem Setup. Gut, solche Aussagen kennt man von Barney. Das hat er schon öfter mal getätigt. Aber er lässt diesen Worten zurzeit wirklich, ja, Taten folgen, muss man sagen. Die Formkumpel war schon ansteigend. Er hat wirklich immer mal wieder Spiele gewonnen. Er sieht die ganz tiefen Runs zuletzt, aber auch eigentlich fast nie in den ersten Runden rausgegangen. Und was gesagt, Michael Smith geschlagen, Gary Anderson. Zuvor auch James Harrell, gut, Oskar Lokastek, Damian Mortimena, Graham Hall am Anfang. Das sind Hürden, die kann er natürlich jederzeit nehmen. Mensch, der hat es überstanden gegen Gary Anderson. Klar, das gehört aber irgendwie auch dazu. Und für ihn natürlich ganz wichtig. Er macht so jetzt Riesenschritte, was das World-Matchplay und den World-Comprie angeht. Ganz genau. Also man kann jetzt schon fast damit rechnen, dass er bei allen großen Turnieren in diesem Jahr dabei sein wird in der Hinsicht. Fürs Matchplay sieht es sehr gut aus. Und ja, wie du schon angesprochen hast, klar, die ersten Runden, die hat er jetzt in den letzten Turnieren immer wieder überstanden. Man hat den Eindruck, er hat jetzt diese Contender-Rolle auch wieder gerne angenommen. Und der ist auch jetzt nochmal richtig hungrig. Man hat jetzt nicht den Eindruck, er sagt jetzt nächstes Jahr plötzlich aus dem Nichts Ciao und tritt von der Weltbühne wieder ab. Sondern der möchte echt noch was erreichen. Und auch die Spiele gegen Michael Smith oder eben gegen den Gary Anderson, das sind ja nicht nur große Namen, sondern die haben eben gegen ihn auch die besten Darts gezeigt, die sie spielen können, in Anführungszeichen. Und beide Male ging er als Sieger vom Board. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und ja, ich kann es ehrlicherweise kaum erwarten, ihn nochmal vielleicht beim World-Matchplay zu sehen. Ja, beste Darts stimmt auf jeden Fall. Michael Smith, den auch gegen Barney 9-Darter geworfen. Aber gar keine Regung, ne? Also Michael Smith, also Barney hat keine Faust gegeben, der hat einfach direkt das nächste Leck angefangen. Smith hat sich auch gar nicht gefreut. Ich meine, gut, der hat jetzt auch, glaube ich, schon insgesamt, wenn man alles zusammenrechnet, ich meine, es waren elf neuen Darts, die jetzt schon seiner PDC-Karriere jetzt schon geworfen hat. Auf dem Floor war es, glaube ich, jetzt am Playerstabend der Dritte. Also für ihn jetzt nichts mehr Neues. Aber trotzdem interessant, es gab nicht mal die Faust. Also Barney hat einfach das nächste Leck dann begonnen. Aber das hat auch gezeigt, so welchen Fokus er wirklich auch war am Montag. Wie gesagt, wichtige Schritte für ihn. Gary Anderson trotzdem an diesem Tag wieder sehr, sehr gut unterwegs. Sehr starke Averages gespielt. Eigentlich fast immer so über 100. Er hat im Halbfinale rausgegangen, Ross Smith ebenfalls unter den letzten Vieren. Und ja, als Umgesetzte waren James Howell und Cameron, sie ist im Videfinale. Das so die Schlaglichter aus der nichtdeutschen Brille. Die wollen wir jetzt mal aufziehen, was das erste Turnier angeht. Runde drei war dann leider Feierabend für die ganzen deutschen Tour-Cut-Inhabern. Dann gab er Clemens zum ersten Mal dieses Jahr in Runde drei. Riccardo Piteczko hat sich wieder so ein bisschen durchgeschlichen. Und Flo Hempel, ja, der kommt besser ins Jahr als in den letzten Jahren. Das kann man, denke ich, zumindest was den Montag angeht, festhalten. Definitiv wichtiges Preisgeld. Auch, dass er hier zwei Siege holt. Also auch noch einen gesetzten Spieler mit Brandon Dolan schlägt. Der ja auch selbst eine gute Partie gespielt hat. Und zuvor eben Graham Ascher geschlagen hat, Florian Hempel. Auch mit einem anständigen Niveau. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Spielerisch hat man da echt den Eindruck, er kommt langsam wieder so ein bisschen in Fahrt. Genau, ansonsten, Piteczko hast du schon angesprochen. Ich habe so generell bei den Deutschen aktuell den Eindruck, das Gefälle nach unten, wenn dann mal eine Niederlage kommt, ist dann gerade aktuell etwas höher. Dann war jetzt heute und gestern doch mal auch mal ein Average unter 80 oder nur um die 80 Marke bei einigen Spielern dabei. Und dann in einer anderen Partie knackt genau dieser Spieler plötzlich die 100. Das ist vielleicht auch gerade so der Knackpunkt, warum es jetzt nicht für einen Deutschen so richtig hoch hinausging wieder in diesen beiden Tagen. Aber ja, Clemens hat wieder ordentlich Preisgeld eingespielt. Es ging Michael van Gerven ausgeschieden in den letzten 32. Kann man ihm nicht viel vorwerfen. Und sonst, ja, Schindler hat heute natürlich einiges wieder gut gemacht. Aber hat er an dem Tag gestern auch wieder eher enttäuscht zum Beispiel als einer von einigen Deutschen. Ich glaube, ist auch wieder in der ersten Runde ausgeschieden, wenn ich mich nicht irre. Genau, 4 zu 6 gegen Cameron Manzies, wenn auch da ärgerlich. Aber ja, gerade Schindler holt gerade verdammt wenig raus. Genau, Lukas Wenig, Pascal Rupprecht immerhin noch in Runde 2. Der Rest der Deutschen, es waren ja diesmal zum ersten Mal alle am Start. Auch Tim Wolters jetzt ja mit seinem Player Championship-Debüt. Dann der Rest raus in Runde 1. Die Österreicher auch ohne Sieg am Montag. Und aus Schweizer Sicht kann man vermelden, Stefan Belmont ist ja da geblieben. Nach der Challenge Tour ist nachgerückt durch die ganzen Absagen. Hat es ins Preisgeld geschafft. Und sollte damit dann auch seinen World Cup of Darts Platz sicher haben. Ist jetzt ja dann in der Ordnung noch mitgelistet. Braucht dann keinen Qualifier spielen. Sollte die Schweiz wieder eingeladen werden. Denn ich denke, davon kann man eigentlich ausgehen. Ich meine, wir haben auch das Jupin-Tor-Event dieses Jahr in der Schweiz, Ende des Jahres. Also würde mich schon sehr wundern, wenn die Schweiz nicht beim World Cup dabei war. Und wie gesagt, Belmont jetzt in der großen Order wird dann auch platziert. Da können wir eigentlich davon ausgehen, dass die Erdgenossen dann auch da mit dabei sein werden in Frankfurt. Gut, dann machen wir weiter mit Players' Championship Nummer 6 ist es dann, ja? Genau. Das war dann am heutigen Dienstag auf dem Programm. Und das besprechen wir jetzt. Denn wir reden über einen Dave Chisnell, der jetzt zum 17. Mal tatsächlich ein Players' Championship-Turnier gewonnen hat. Und das erste Mal 2011, also vor 13 Jahren und heute dann zum 17. Mal erfolgreich auf dem Floor. Das ist schon eine beeindruckende Zahl. Definitiv. Und auch wieder ein typischer Chizzy-Erfolg eigentlich. Zwischendrin dann auch mal wieder 112 gespielt bei einem Sieg über Dom Taylor im Achtelfinale. Obwohl er auch schon in Runde 1 hätte rausgehen können gegen Cameron Manzies beim Stand von 5 zu 6. Aber ja, durchaus natürlich Wahnsinn, wie viele Turniere der teilweise schon so in der Art mittlerweile dominiert hat. Andererseits natürlich auch besonders erfreulich, dass Dirk van Dijvenbode so langsam wieder formtechnisch echt Form annimmt. Es ist jetzt wieder ein Finale dabei gewesen. Wenn wir ein paar Monate zurückdenken, vor die WM die Turniere, da musste man sich ja wirklich große Gedanken machen, was die Form von Van Dijvenbode angeht. Und umso erfreulicher fand ich das jetzt, auch wenn es am Ende knapp nicht gereicht hat. Er hat sich dann ja doch noch mal reingebissen im Finale gegen Chisnell und ist dann fast noch zurückgekommen. Aber am Ende, ja, in einem durchwachsenen Finale kann man, glaube ich, über die lange Strecke sagen, hat sich Chisnell dann am Ende eben wahrscheinlich auch verdient durchgesetzt. Ja, absolut. Also bei Dirk Ford ist mich auch, die Schulterprobleme scheinen ja dann wirklich jetzt behoben zu sein, hoffen wir auch nachhaltig. Und Chisnell, mit dem muss man immer rechnen. Er kann jedem Turnier in der ersten Runde ausscheiden, wie Kevin das schön sagte. Er kann auch jedes Turnier gewinnen. Das ist einfach so. Er kann auch von Runde 1 auf Runde 2 im Average 20 Punkte absinken oder ansteigen lassen. Es ist einfach alles möglich. Immer noch schade, dass dieser Kerl einfach diesen Major-Titel nicht hat. Also dieses Potenzial, man gewinnt ja nicht einfach so 17 Floor-Turniere. Ubinto hat ja auch noch reichlich gewonnen mittlerweile. Also ja, ich hoffe irgendwie doch nochmal, dass er das irgendwie schafft, aber sehe es im Moment nicht. Aber ja, vielleicht muss es dann irgendwie nochmal so ein World Series Finals Turnier werden. Ich weiß es nicht, aber ja, würde mich auf jeden Fall für Chisie freuen. Und für Dirk, ja, definitiv. Also er hat eine schwere Zeit durchgemacht, vor allem auch für den Kopf, denke ich. Wenn du eigentlich weißt, du kannst besser, aber du hast so Schmerzen. Er hat ja eigentlich gesagt, dass das eine langwierige Sache ist, dass diese Behandlung echt lange dauern wird. Aber ja, vielleicht schlägt sie ja schon viel früher an. Scheint jetzt der Fall zu sein. Heute definitiv ordentlich unterwegs gewesen. Waren ein paar enge Matches mit dabei, absolut. Auch Matches sind überstanden, zum Beispiel gegen James Wade. Aber ja, Finale dann ein bisschen zu wenig gekommen. Hinten raus, du hast es gesagt, nochmal aufgekommen. Dann zwei, das für den Decider verpasst. Und dann war Chisie eben auf der Doppel-14 zum Matchstart dann erfolgreich. Ja. Noch an die Länder, der so ein bisschen auf sich aufmerksam gemacht hat heute, hat er schon in den letzten Jahren. Danny Jansen, wir hatten mal über ihn ausführlich gesprochen in unserer Up-and-Down-Folge im vorletzten Jahr. Ja, damals wirklich total überraschend, den Pro-Tour-Titel eingeheimst. Tog gerade jetzt verloren, Chandler-Zurlauf sehr, sehr gut. Und heute auch als Nachrücker, wie auch Conor Scott im Filifinale. Das trifft auch zu auf Kara Zettler-Check, der das bei einem Player-Challenge auch zum ersten Mal geschafft hat. Also ein paar Spieler, die man da sonst nicht so häufig sieht. Und du hattest es gerade schon kurz erwähnt, im Filifinale auch aus deutscher Sicht erfreulich. Martin Schindler, auch wenn man sagen muss, spielerisch, vielleicht ein bisschen glücklich dahin gekommen. Es hat nicht die ganze Leistung mit dabei, aber ich denke, für den Kopf und auch für Martin jetzt auch mal wichtig, dass er wieder ein bisschen Preisgeld in die Ranglisten reinbringen kann. Ja, definitiv. Ich meine, wenn man sich gerade aktuelle Ranglisten anguckt, sieht es leider gar nicht rosig aus. Für Schindler aktuell wäre er beim Matchplay nicht dabei und bei weitem, glaube ich, auch beim Grand Prix nicht dabei, sofern ich das jetzt richtig im Gedächtnis habe. Und bei dem Viertelfinale jetzt war das natürlich immens wichtig, um sich da wieder ein bisschen Selbstvertrauen anzuspielen. Ich meine, bis dahin sind noch einige European Tour Turniere. Das Preisgeld lässt sich noch durch ein paar gute Turniere relativ schnell aufholen. Und da ist das vielleicht jetzt fürs Selbstbewusstsein relativ wichtig. Ich habe tatsächlich das erste Spiel gegen Graham Hall auf DartConnect noch live verfolgt und habe mir gedacht, komm, jetzt hol auch diesen Sieg, weil wie oft ist er schon jetzt in diesem Jahr wieder unglücklich in der ersten Runde ausgeschieden, in den ersten Turnieren des Jahres. Und jetzt holt er eben diesen wichtigen Sieg, schlägt dann auch überzeugend einen Jelle Klaassen, hat dann ein bisschen Glück gegen Chris Landmann, hat dann noch mehr Glück natürlich gegen einen Gary Anderson, der sehr große Probleme wieder mit seinem Wurfarm hatte und die Partie leider aufgeben musste. Ja, und dann war er eben gegen den Sieger am Ende chancenlos, gegen Dave Chisnell. Aber das Positive mitnehmen, das Viertelfinale und das Preisgeld mitnehmen und er ist damit mittlerweile, glaube ich, erfahren genug, um jetzt auch für sich einzuschätzen. Das war doch ein wichtiger Tag trotzdem. Ganz kurzer Blick in die Races rein. Ja, also Schindler aktuell so ein bisschen 4000 Pfund, was das Matchplay angeht, im Rückstand. Das Gleiche gilt auch für Gaga, also die sind so beide ein bisschen da gleich auf. Riccardo, klar, wird dabei sein. Der wird auch beim World Grand Prix mit dabei sein. Da ist Gaga so nur 1000 Pfund zurück und da sind ja noch einige Turniere zu spielen bis dahin. Aber da hat Martin jetzt so ein bisschen auch den Abstand verringern können, ist trotzdem jetzt schon immer noch bei 5000 Pfund zum Cut. Also, das war schon wichtig, auch jetzt die ersten Turniere. Ja, er hat eigentlich gut gespielt, aber es kam irgendwie nicht so raus, was das Ergebnis angeht. Heute dann so ein bisschen vice versa, klar, gegen Anderson. Ja, das war von beiden nicht. Sie waren ja beide unter 80 dann beim Stand zu 13. Von 3 zu 3 hat Gary dann aufgegeben. Ja, sahen nach Schulterproblemen aus, sah auch von Anfang an nicht rund aus. Er war heute auch nicht ganz so gut unterwegs. Hoffentlich da nichts Schlimmeres, dass er dann auch in München über Ostern dann mit dabei sein kann. Ja, die anderen Deutschen, vielleicht machen wir erst Gapel Clemens, weil das gerade jetzt so passte. Der verliert das deutsche Erstrund-Duell gegen Lukas Wenig mit 5 zu 6. Liegt 1 zu 5 zurück, kämpft sich dann noch in den Decide, hat da sogar dann auch einen Matchstart. Auf der Doppel-5, der geht nicht rein. Und das bedeutet jetzt für Gaga, dass er für die nächsten Jupin-Tour-Events erst mal nicht vorqualifiziert ist. Also es ist ein Platz hintendran. Das heißt, wenn jetzt keiner absagt für die nächsten Jupin-Tour-Events, muss er in den Torquartola-Qualifier. Das ist natürlich, ja, nicht so schön. Nee, und in der aktuellen Form muss man ja auch leider sagen, generell sind die Qualifier natürlich sowieso immer eine Lotterie. Und da muss man eben leider eben gerade auch sagen, dass die Konstanz und die Form gerade auch nicht der beste Freund von Gabriel Clemens sind. Und ja, das wird eine dicke Herausforderung, sich da zurückzukämpfen. Aber ja, vielleicht ist es auch in gewisser Weise eine Herausforderung, die es sich jetzt anzunehmen gilt. Und wovon er vielleicht auch am Ende profitieren kann. Weil ich meine, so lange, wie er jetzt schon als gesetzter Spieler auch auf der European Tour fungiert hat und oft aus Runde zwei starten durfte, sogar vielleicht ist dieser Schrecken jetzt auch mal nötig, um vielleicht wieder die Formkurve nach oben zu kriegen. Also gut gegambolt hat auf jeden Fall Luke Littler, denn der hat ja nicht gespielt. Aber der hat es trotzdem geschafft. Der ist 250 Pfund vor Gaga und ist damit qualifiziert und braucht nicht mehr, er braucht jetzt schon nicht mehr in die Qualifier. Ja, das ist natürlich unglaublich. Die ersten vier Events musste er in den Qualifier, zwei Haller geschafft. Gut, der Sieg da in Belgien hat natürlich einiges gebracht. Und das eine Player Championship, das erste hat er auch gewonnen. Also wahnsinnig, wie er sich auch hier wirklich der CTWM ja gar nicht rein in diese Races über die Pro Tour sich da reingespielt hat. Gut, Hut ab. Ja, dann lassen wir uns die anderen Deutschen auch noch eben besprechen. Lukas Winnig hatten wir gerade angesprochen, gewinnt das Duell in Runde 1 gegen Gaga, verliert dann gegen Robby Knobbs. Das ist so eine Sache, wo ich sage, ah, das muss eigentlich nicht sein. Da kann er auch dann in die dritte Runde ins Sportfinale einziehen. Knobbs ist jetzt auch jetzt zum zweiten Mal überhaupt in seiner ganzen 40-Karriere da ins Sportfinale gekommen. Dennoch sieht es, was Lu angeht, ordentlich aus, muss man sagen. Also der hat sich da jetzt gut platziert. Auch was das WM-Bras angeht, der ist da gut dabei. Da hat er sich eine gute Ausgangslage erstmal für die nächsten Wochen geschaffen. Ja, Riccardo heute das Erstrundenspiel wiedergewonnen. Das ist zum neunten Mal jetzt in Folge hat das Riccardo geschafft, ohne Erstrundenlager auszukommen. Also das ist natürlich auch eine starke Nummer. Das sind dann immer auch dann tausend Pfund. Deswegen, er schafft es gerade so ein bisschen zusammenzuhalten, was die Ergebnisse angeht. Spielerisch war dann gegen Conor Scud auch Endstation. Da reicht dann auch ein 80er-Erwisch dann auch nicht mehr aus. Also das macht mir schon so ein bisschen Sorgen. Klar, Belgien war ja auch im Halbfinale total natürlich zufriedenstellend, was das Ergebnis angeht. Aber spielerisch ist er gerade nicht so überzeugend wie Ende des letzten Jahres. Ja, definitiv. Und hinzu kommt natürlich auch der unnötige Druck, dem er sich da noch selbst aussetzt. Durch diese Momente manchmal auf der Bühne, wo es mit ihm durchgeht. Wir erinnern uns an die Szene in Wietze, als er gegen Luke Littler verliert und dann eben auf ihn zustürmt. Und ja, kann man glaube ich, ich hoffe wirklich, er hat sich dann ja im Nachhinein noch entschuldigt, da haben wir noch nicht drüber geredet. Aber wir hoffen einfach mal, dass er daraus gelernt hat und ja, das für sich einordnen kann. Weil ansonsten ist das wirklich nur unnötiger Druck von außen, dem er sich da auch noch aussetzt. In einer Zeit, in der, wie du schon richtig analysiert hast, einfach nicht sein A-Game bringen kann. Umso bemerkenswert ist es eigentlich, dass er hier trotzdem neunmal in Folge trotzdem durch die erste Runde kommt. Hier wieder durch einen Kampfsieg mit 6-5 gegen Labre. Also, ich bin da zwiegespalten, weil einerseits bin ich verwundert, wie oft er trotzdem mit seinem B-Game wichtiges Preisgeld einheimst. Und auf der anderen Seite erkenne ich das natürlich absolut an, wie sehr er sich dann doch teilweise formtechnisch an Bord auch quält. Ja, das stimmt. Ich meine, auch Matchstarts überstanden, auch gegen Labre. Ja, aber wichtig nochmal, dass du es angesprochen hast. Ich fand es auch vollkommen richtig, dass ihr letzte Woche das thematisiert habt, muss man ja auch machen. Das Verhalten, was den Wiese angeht. Er hat sich entschuldigt auf Instagram mit einem Post, hat dann auch gesagt, ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Er war zu emotional und hat überreagiert und hat sich dann bei Luke Littler auch entschuldigt. Und er ist ja auch sonst ein Fan von ungewöhnlichen Check wegen, das hattet ihr ja auch schon gesagt, er ist ja selbst einer, der das auch macht. Deswegen machen wir dann Haken hinter und hoffen, wie er das ausgelernt hat. Und ja, dann haben wir dann noch offen, sagen wir uns ein 83er Average gegen Conor Scott, nicht 81er. Das will ich hier jetzt nicht schlechter machen als notwendig. Ja, am Montag war Flo noch gut unterwegs, heute dann gegen Adam Gaflas. Ja, das war dann wieder so ein schwaches Spiel, geht dann raus in Runde 1. Ich weiß, Gaflas ist hart zu spielen, der ist sehr, sehr langsam unterwegs. Schade, weil ich dachte, dass er das packt, das Spiel. Pascal Rupprecht jetzt auch, ja, heute verloren gegen Jamie Hughes, kann sicher passieren, war vielleicht auch mehr drin. Gilt auch für Paul Krohne, ne. Gegen Winston van der Voort, verliert er 6 zu 5, macht eigentlich eine gute Partie. Und wen haben wir noch? Daniel Klose, okay, der war in Runde 2, hat gegen Mario van der Voort, gut gespielt, finde ich. Das war sehr, sehr ordentlich gegen James Wade dann, aber auch auf verlorenen Posten gewesen. Und Tim Wolters ist noch offen, ja. Ja, ärgerlich. Paulette den Decider gegen Joshua Richardson ist natürlich ein bisschen doof, ist die Situation. Weil er hat mal 6 Player Championships und 4 European Tour Events, wo er auch nicht mit dabei sein wird. Das heißt, 10 Events ohne Preiskeld auf der Pro Tour. Klar, bei Jürgen Open hat er was Eingeheims trotzdem. Das wird ihm jetzt für die WM-Qualie ja nichts bringen. Ja, 10 Events ohne Preiskeld, das ist so ein bisschen, so roundabout ein Viertel, wird dann schwer natürlich für die WM. Aber, ja, war sein Debüt jetzt auch, der Pro Tour für ihn neu. Vielleicht auch sicherlich ein bisschen nervös gewesen. Und da ist noch Luft nach oben. Das gilt auch für die Österreicher, ne, alle, alle beiden Tage ohne Geld geblieben. Auch heute wieder Menzo Sulewitsch, Robert John Rodriguez, der übrigens jetzt bei McElkin unterschrieben hat, ganz frisch. Mhm. Der beide ohne Preisgeld. Bei Menzo dachte man sicherlich, nach den Jürgen Open, da geht mehr, war jetzt aber auch heute wieder sehr schwach. Ja. Ja, und Stefan Bellmond hat nochmal 1000 Pfund nachgelegt. Das hat es dann doch sich für ihn gelohnt, dann noch ein paar Tage länger in Hildesheim zu bleiben. Ja, Bellmond finde ich immer ein Phänomen, weil den hab ich noch so in Erinnerung. Der läuft ja schon relativ regelmäßig auch auf der Pro Tour ran als Nachrücker, weil er eine gute Challenge Tour auch letztes Jahr schon gespielt hat. Aber der mir dann oft in Erinnerung ist als einer der Spieler, die dann doch auf der Pro Tour oft in Runde 1 rausgehen. Und das war ja auch am ersten Wochenende, im ersten Pro Tour Block jedenfalls so, dass er, glaube ich, auch ohne Preisgeld nach Hause gefahren ist, nach einer guten Challenge Tour wieder. Deswegen freut es mich jetzt umso mehr, dass es zweimal fürs Preisgeld reicht. Genau, und bei Wolters war es ja, glaube ich, ärgerlich. In meinen Augen hat er, ich meine, natürlich gestern durfte er direkt auf einen Weltmeistertreffen mit Michael Smith. Das war natürlich generell eine tolle Geschichte, eine tolle Erfahrung. Aber auch heute hat er wieder in Teilen vom Scoring her, gerade mit dem Switch, ich hab mir das Spiel nämlich auch live angeguckt, mit dem Switch auf die 19 doch ein paar Momente gehabt, wo ich den Eindruck hatte, da kann sich was entwickeln, wenn er die Zeit bekommt und möglichst viel mitspielt. Und ja, da sind wir natürlich sehr gespannt. Ich glaube, er hat auch 4-2 geführt gegen Richardson. Am Ende, ja, war es leider kein Preisgeld, aber man hat den Eindruck, es ist für ihn ein großes Abenteuer und er freut sich auch auf die nächsten zwei Jahre. Generell so ein bisschen, was sich bei allen Deutschen durchzieht, um uns vielleicht nochmal ein ganz großes Fazit zu ziehen, sind nämlich schon Doppelprobleme, finde ich. Also, du hast es bei Tim es gerade gesagt, bei Pascal Ruprecht fällt es sehr oft auf. Ich fand es jetzt auch bei Paul Krone krass, weil er scort eigentlich richtig gut. Also, da müsste man jetzt auch nochmal ganz tiefer reingehen in die Only-Scoring-Averages. Aber, ja, bei Lu ist es auch oftmals schon mal so, dass die Doppel ein bisschen klemmen. Also, im Score, finde ich, können eigentlich alle mithalten. Also, generell können alle mithalten, finde ich. Also, das kann man sowieso sagen. Da fällt jetzt keiner hinten raus ab. Ich meine, Riccardo war jetzt, glaube ich, vor heute irgendwie, was die Averages angeht, nach den ersten fünf Events auf 110 oder so. Also, du kannst mal sehen, was man rausholen kann mit Timing, was Riccardo ja ohne Zweifel hat. Ja, nach den ersten sechs Events. Wir hatten ja beim letzten Mal oder vor ein paar Folgen war es ja schon so ein Zwischenfazit gezogen. Und dann geht er nach so, ja, zwei weiteren Blöcken. Können wir da nochmal bei den einzelnen Spielern auch draufschauen, wenn wir die Zeit dazu haben. Aber wir wollen erst mal weitermachen jetzt mit der Premier League. Spieltag Nummer sieben stand letzte Woche an. Und es ist der zweite Tagessieg in Folge. Und damit auch die Übernahme der Tabellenführung durch Luke Humphreys. Der gewinnt nämlich in Nottingham. Schlägt Michael Smith 6 zu 4. Peter Ryan 6 zu 1. Und Nathan Espinel mit 6 zu 3. Ja, Benni, so schnell kann das gehen. Auf einmal ist man dann Tabellenführer. Ja, also ist schon beeindruckend. Die Woche davor ja auch schon gewonnen. Das macht langsam wieder richtig Spaß, was Humphreys da ans Board bringt. Aber die Geschichte für mich an dem Tag, muss ich trotzdem sagen, war natürlich die ersten Punkte für Peter Wright. Das war dann doch irgendwie auch als Sympathisant ein kleiner Aufatmer, dass es jetzt auch für die ersten Punkte und für den ersten Sieg in der diesjährigen Premier League gereicht hat. Ich meine, er hätte ja sonst, hat er jetzt schon Wayne Mardel Konkurrenz gemacht mit den meisten verlorenen Spielen in der Premier League? Ich weiß es gar nicht. Aber jedenfalls war das, glaube ich, relativ knapp. Es war relativ knapp am All-Time-Record von Wayne Mardel. Und dementsprechend toll, dass es da für Peter Wright schon mal für den Sieg gereicht hat. Und ja, das auch gegen einen Gavin Price, der 103 im Average spielt. Also, da kam auch ordentlich Gegenwind. Damals gab es immer noch Unentschieden. Das kann man Wright ja auch zugute halten. Genau, ja. Die Chance hätte er hier öfter auch gehabt. Er hatte in den letzten Wochen noch Matchstarts verpasst. Diesmal hat er im Matchstarts überlebt. Um Price muss man sich ja dennoch auch ein bisschen Sorgen machen. Der hat auch nicht so viel mehr Punkte als Peter Wright auf der Haben-Seite. Da läuft es im Ergebnis technisch in der Premier League auch nicht rund. Humphreys im Philippe Finale 13 Punkte besser am Average als Michael Smith. Aber du sagst, die Story für dich war Peter Wright gegen Gavin Price, als er die ersten Punkte geholt hat. Für mich stand das Spiel Luke Littler, Michael van Gerven einfach im Vordergrund. Und es war ja auch ein richtiger Leckerbissen. 114 im Average von Luke Littler. Van Gerven, 111. Littler gewinnt dieses Spiel. Verpasst den neuen Data zum Matchgewinn. Und van Gerven zeigt ihm, wie man 144 Punkte checkt. Das hat er schon mal gemacht gegen Shizy. Hat er jetzt noch mal gemacht. Wahnsinn. Und was mich hier eigentlich am meisten interessiert. Auch deine Einschätzung dazu. Für mich ist das Duell Luke Littler, Michael van Gerven aktuell so das Duell, was das höchste Excitement-Level so irgendwie bringt, mit sich bringt. Das Spiel wollen irgendwie gefühlt alle sehen. Aber warum ist das so? Warum ist es denn nicht Littler Humphreys? Es müsste doch eigentlich Littler Humphreys sein. Es müsste eigentlich, ja. Aber ich glaube, ein van Gerven kann sich gerade unfassbar ... Grundsätzlich muss man erst mal sagen, dass van Gerven, das hat er jetzt auch wieder bei der Pro Tour gezeigt, die zwei Tage, dass er gerade ... Auf jeden Fall, es ist eine Achterbahnfahrt gerade mit ihm. Aber ich glaube, er kann diese fünf Prozent mehr auf sein Game gerade besonders in den Spielen gegen Luke Littler packen. Weil ich glaube, den nervt richtig, dass gerade viel mehr über einen Luke Littler geredet wird als über einen Michael van Gerven. Und der möchte den jungen Luke Littler echt noch mal erden. Und deswegen glaube ich, dass er sich von dieser Konkurrenz auch echt gerade noch mal richtig herausgefordert fühlt. Und ja, das Spiel natürlich, das war Wahnsinn. Die spielen hier 110 und 114 im Average, unfassbare Zahlen. Dann ist es besonders bezeichnend, dass im Finale dann das Durchwachsen zu Spiel des Abends bei Rum kam, beim 6-3 von Luke Humphreys gegen Nathan Espinel. Ja, van Gerven hat ja auch das Interview mit den holländischen Kollegen abgebrochen. Wir Play ja nicht vor Ort. Die schalten sich ja auch dann immer mit Laptop zu. Und das hat van Gerven gar nicht gefallen. Er hat auch gesagt, jetzt ist ihr mich als Verlierer zu interviewen, da kommt ihr nix mehr rum und es geht mal zu, dass ihr ja vor Ort seid. Es ist doch immer scheiße hier mit dem Laptop, wenn das abkackt. Es sieht wieder scheiße aus. Und nee, da hat er keinen Bock mehr gehabt, ist dann abgehauen. Ich kann das einfach auch verstehen. Ich finde, diese Zuschalten, diesen Laptop-Interviews, halte ich auch nicht viel von. Kann logistisch natürlich sinnvoll sein. Natürlich auch die Gründe dahinter sind klar. Aber ja, kann auch verstehen, dass man nach der Niederlage da jetzt nicht unbedingt dann auch noch immer ein Interview geben möchte. Und van Gerven stellt sich ja eigentlich wirklich immer. Der war ja ein bisschen sauer. Ein bisschen sauer war auch Luke Littler nach dem Halbfinale gegen Nathan Espinel. Da muss ich schon sagen, so ein bisschen besser verlieren kann man schon. Also klar, ich kann das nachvollziehen und die Champions sind alle schlechte Verlierer. Oder ja, weil sie eben, deswegen sind sie auch so gut, weil sie so ungern verlieren. Ich finde ein bisschen besser kann Hitler da schon noch agieren. Das nicht immer nur auf sich beziehen. Ich meine, die anderen freuen sich ja auch mit ihm mit, wenn er gut spielt. Also, ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber er ist ja auch erst 17 Jahre. Von daher geht er sicherlich mehr. Ja, Humphreys gewinnt dann das Finale, du hast es schon gesagt. Ist jetzt Tabellenführer. Van Gerven ist da drei Spieltagen sieglos, muss man auch sagen. Haben wir ja vor ein paar Wochen überredet. Ja, der hat die Playoffs safe. Ja, muss man mal abwarten, wie es weitergeht. Das Interessante ist ja, ich glaube, es ist immer noch so, dass er entweder direkt im Viertelfinale ausgeschieden ist oder die Tage für sich entschieden hat. Also, das ist ja auch eine besondere, wenn ich mich nicht irre, oder? Er hat drei Abende gewonnen, neun Spiele gewonnen. Ja, genau. Ist so, tatsächlich. Tja. Also, entweder es geht direkt im ersten Spiel raus oder er gewinnt den Abend. Ist nicht unbedingt die Konstanz, die er sich, glaube ich, wünscht. Dementsprechend, ja, ist er jetzt plötzlich auch nicht mehr Tabellenführer und Luke Humphreys hat sich da abgesetzt. Aber es ist natürlich immer noch sehr spannend. Ich muss auch sagen, grundsätzlich habe ich gerade immer noch deutlich mehr Motivation, Premier League zu schauen. Es ist gerade grundsätzlich spannender. Luke Littler ist natürlich immer noch ein Phänomen nach diesen paar Wochen. Und, ja, wenn man auf die Tabelle schaut, es kann ganz schnell gehen. Und, also, die Playoffs, die sind auf jeden Fall wahrscheinlich auch in ein paar Wochen noch sehr offen. Total. Ich meine, was auch interessant ist, Luke Littler gewinnt immer im Viertelfinale, ne? Also, bisher noch nie das erste Spiel verloren. Aber auch bisher nur einmal im Finale gewesen. Ich habe es auch schon gesagt, Littler macht die Premier League attraktiv. Ich schaue sie deswegen auch intensiver als in den letzten Jahren. Definitiv. Ich meine, es ist auch noch ausdrücklich, eine Dreiblock dahinter. Espinel, Crosssmith, ja, Price und Ride ist ein bisschen abgeschlagen. Aber der Modus, ja, bringt es ja auch mit sich, dass man da noch was drehen kann. Wir haben jetzt ja dann in dieser Woche gerade mal Hälfte dann um. Von daher ist noch alles möglich. Ja. Weiter geht es mit der Challenge-Tour. Da wollen wir auch ein bisschen zusammenfassen. Vor der Pro-Tour wurde eben auch in Hiddlestam auf der Challenge-Tour gespielt. Die Events 6 bis 10. Und es ging am Freitag los mit dem völlig überraschten Sieg von Noah Lynn van Leuven. Die gewinnt tatsächlich dieses Turnier. Acht Siege unter anderem gegen Stefan Belmond, David Pilgrim und John Henderson. Und die Finale dann auch mit einem 100er-Average, mit 5 zu 3 gegen den Boden Titus Karnik. Ja. Erstmal großen Respekt an van Leuven. Also, das ist natürlich eine Riesengeschichte. Ich meine, hätte Fallon Sherwood gewonnen, wäre wahrscheinlich noch viel größer irgendwas daraus gemacht worden, dass die erste Frau hier bei den Challenge-Tour gewinnt. Klar, es gab dann hier wieder die Transgender-Problematik, die dann aufgekommen ist. Viele dumme Kommentare auch auf Facebook, wie sich hier ja eigentlich gar nicht stellt, diese Problematik. Denn, Benni, wir müssen ja nochmal ganz klar auch sagen, die Challenge-Tour ist offen für alle Geschlechter. Da wird nicht nach Männer, Frauen oder sonstiges irgendwas, ja, unterschieden. Da kann einfach jeder mitspielen, der möchte. Deswegen ist der Hate an dieser Stelle auch einfach unangebracht. Es ist absolut irrelevant. Genau, einerseits deswegen, weil sich die Geschlechterfrage bei einem Mix-Turnier sowieso nicht stellt. Und andererseits auch, man schaue einfach mal, wen van Leuven auf dem Weg ins Finale alles geschlagen hat. Das waren alles oder zum Großteil Challenge-Tour-Spieler, die schon zig Turniere auf dem Konto haben. Sei es ein Belmont in den letzten 64, ein Alexander Merckx, der gerade richtig gut in Form ist, Daryl Pilgrim natürlich allen voran, ein John Henderson. All diese Spiele hat sie auf dem Weg ins Finale geschlagen und hat an dem Tag grundsätzlich, aber auch überdurchschnittlich für sie auch gespielt, wenn man sich die anderen Tage anschaut. Und hat sich im Laufe des Tages immer weiter verbessert. Also hat immer das gespielt, was sie brauchte, ob jetzt in der ersten Runde mit einem 83er-Average sich durchgesetzt oder im Finale dann, als Titus Karnik da stand, hat sie plötzlich 101 gespielt. Das war einfach durchweg ein richtig guter Tag von ihr und hat auf jeden Fall die Challenge-Tour um eine Geschichte reicher gemacht. Ja, kam schon durchaus überraschend, muss man sagen, was auch für den Sieg von René Eilhams gilt. Herzlichen Glückwunsch an The Cube. Ja. Der gewinnt dann das siebte Event, ist nach Steven Noster und Sargutin Horvath der dritte Deutsche, dem das gelungen ist. Noster sogar zweimal Erfolg hat schon gewesen, sehr nervenstark, insgesamt fünfmal im Decider gewonnen. Im Finale dreht er noch an 0 zu 3 gegen den Niederländer Danny Olde-Kalter. Kai Gotthardt hier auch im Finale, im ersten Turnier war Franz Rotsch am Freitag auch im Achtelfinale. Und wir hatten hier noch einen neuen Darter durch Kevin Burness. Ja, den Samstag kann man ganz schnell zusammenfassen, indem man einfach Andy Bolton lobt, denn der gewinnt beide Turniere. Das ist natürlich mega stark an so einem langen Tag, zwei Turniere zu gewinnen. Einmal 5 zu 0 Finale gegen Danny Jansen und einmal 5 zu 4 gegen Jamie Atkins. Sind die dritte, Titel 3 und 4 für den X-Faktor. Kai Gotthardt auch hier jetzt dann im Halbfinale zum ersten Mal auf der Challenge-Tour und Thomas Lofti hier mit einem neuen Darter. Und ja, am Samstag gab's dann noch zum Ende den Überraschungssieg von Lee Cox, der Wesley Pläsir im Finale einen Whitewatch verpasst. Dargutin Horvath und Franz Rotsch hier nochmal im Achtelfinale. Ein Blick auf die Rangliste. Wer ist da vorne? Das ist Danny Jansen, den haben wir gerade schon besprochen. Und Andy Bolton, die sind mit deutlichem Abstand vorne. Die können jetzt für die nächsten Turniere sowieso auch fix planen. Dahinter Aidan Kirk und Stefan Belmont auf der 4. René Einheims ist der beste deutsche Aufrang 11. Der hat aber tatsächlich bisher nur das eine Preisgeld von diesem einem Turnierseg. Die Zeit, das sind 500 Pfund auf der Haben-Seite. Kai Gotthardt auf der 13, Franz Rotsch auf der 15. Ja, Max Hopp ist ohne Preisgeld geblieben dieses Wochenende. Hat überhaupt nur ein Spiel sportlich gewonnen. Eins durch den Nichtantritt seines Gegners. Das war natürlich auch kein gutes Wochenende vom Maximizer. Doktor Norbert ist sicherlich auch nicht ganz zufrieden. Und auch Nico Springer hatte schon mal bessere Tage. Dann haben wir jetzt noch Darts aus aller Welt für euch. Zum Abschluss. BDC Asian Tour 4 bis 6 in Kyoto in Japan. Und die Asian Tour, die bleibt nahezu fest in philippinischer Hand, muss man sagen. Denn Turnier Nummer 4 geht an Alexis Toilo. Der gewinnt das philippinische Finale gegen Noel Malik. Der mit 5 zu 4. Turnier Nummer 5 geht an Sandro Eriksu Sing. Der schlägt da Tomoya Goto mit 5 zu 3. Da waren aber immerhin 7 von 8 Lachen-Fanisten Japaner. Und am Sonntag dann endlich der erste japanische Sieg durch Shusaku Nakamura. Der schlägt den deutlich bekannteren Sego Asada mit 5 zu 3. Toilo hat jetzt schon 3 Turniere gewonnen. 5 von 6 Turniere bisher an Philippiner gegangen. Und da werden auch 3 aktuell nach den 6 von 24 Events für die PDC-WM qualifiziert. Das wären Alexis Toilo, Paolo Debrida und Sandro Eriksu Sing und eben auch der Japaner Nakamura. Ja, WDF International Youth Challenge in Vienna. Bei den Jungen gewinnt etwas überraschend der Lette Ralfs Laumanis. Im Finale gegen den Tschechen Jan Digus. Der deutsche Titelverteidiger Jorek Hofkens hier mit 2 zu 5 im Viertelfinale raus. Ebenso wie der deutsche Noah Hanfland und die beiden Österreicher Moritz Gatzringer und Marcel Schölz. Bei den Mädchen gewinnt einmal mehr zum dritten Mal in Folge. Aurora Bocchessato aus Italien. Kira Mertens aus Deutschland da im Finale gewesen. Dann noch die Missouri St. Patrick's Open WDF-Turnier in den USA. Leonard Gates da ohne große Gegenwehr. Der Sieger bei den Damen Keflin McKinley. Und noch eine ganz spannende Sache. Und auch eine schreckliche Sache, so wie es passiert ist. Adam Smith Neal. Benni, der ist mal wieder unangenehm aufgefallen. Ja, ich weiß gar nicht, was es war. Es war auf jeden Fall ein regionales Turnier, wo er offensichtlich das Finale, glaube ich, auch verloren hatte. Und dann, ja, nach dem entschiedenen, versenkten Matchstart seines Gegners, wollte der ihm seine Hand entgegenstrecken. Und, ja, er reagierte mit der Faust, um es mal so zu sagen. Und, ja, schlug ihn tatsächlich und ging dann sauer von dann. Und, ja, es ist ja nicht der erste Vorfall in der Art, den wir von ihm mitbekommen. Dementsprechend wundert es keinen. Aber in dem Ausmaß war es natürlich besonders erschreckend. Ja, ist jetzt von der DRA suspendiert. Dass alle DRA unterstützte Turniere davon nicht mehr spielen. Er hat ja auch noch Vorgeschichte. Also, erst mal wird er nicht bei der Pro Tour zu sehen sein. Ich denke, da könnte es auch eine deutlich längere Strafe geben für den Big Dog, der hier eher der Mad Dog war. In dem Fall. Bei einem Turnier, Amateur-Turnier. Muss man erst mal so machen. Also, das ist völlig unverständlich und zu Recht da auch gesperrt worden. Ja, die Vorschau auf die nächste Woche noch ganz fix zum Schluss. Wir haben jetzt Family League Spieltag Nummer 8 in Dublin. Da wird dann gespielt nach der Rangliste, nach Spieltag 7. Das heißt, wir haben die Filifinals Luke Humphreys gegen Peter Wright, Nathan Espel gegen Rob Cross, Michael van Gerven gegen Gerben Price und Luke Littler gegen Michael Smith. Die Women's Series, die beginnt an diesem Wochenende in Wigan mit den ersten vier Turnieren. Wir haben das Champion of Champions Event in Blackpool auf der World Senior Darts Tour. Da sind acht Spiele am Start. Titel-Verteidiger zum Beispiel, Leonard Gates, Phil Taylor natürlich auch dabei. Und wir haben die DPNZ-Tour, die wir da in Auckland halt machen mit den Turnieren 3 und 4. Ja, das war der Ritz in dieser Woche. Shortland Kompakt presented by Bulls mit Benni, mit mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hatten es auf jeden Fall. Und wir hören uns dann Anfang nächster Woche wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit. Mach's gut. Ciao. Ciao.